Ich hatte diese Insel hier unten, hab ich das schon erwähnt? Ey komm da steht ein Buggy, wir fahren gleich mal Yolo woanders rein. Weil hier unten im Süden ist eh scheiße. Du hast heute auf der Wiese gewonnen. Ich habe heute auf der Wiese gewonnen, ja. Da habe ich meinen Fluch besiegt. Aber wir fahren hier vorne an die Tanke, Alter. Da suchen wir uns ein schönes Häuschen. Oder eher hier oben. Oh ja, das Kuppelhaus hier oben. Oh ja. Immer wenn ich sage, es haben eine gute Idee, dann hast du immer so... Ja, weil die gute Idee wieder was mit Autofahren beinhaltet. Ja, wir müssen Autofahren. Wir können auch laufen. Ne, nicht übers Milli-Gebiet. Nein, 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 nein. Na komm. Komm her, komm her. Put, 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 komm her. Na komm. Du fein, du bist ein guter. Bitte fein, dann komm her, komm. Nein, hol dir den Leckerchen. Hol dir den Leckerchen. Antenne wäre aber auch geil, aber... Nee, da kommst du so beschissen immer runter mit... Oh, wir gehen hinten in die Häuschen, wo ich von Skwann hab, Alter. Ja, Moinsen. This is exactly what we do. Und wir fahren hier runter wie eine... Ei, 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 au. Da tut mir sogar... Alter, da tut mir sogar meinem Zugucken, ist steißbein weh, alter. Können übers Genick abgerollt. Du sitzt da hinten. Ja, ja. Da ist ein Auto. Ei, ei, ei. Wow. Was passiert hier? Schieß! Was passiert? Haben wir gerade alle vier geschoben? Oder was? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Ach, scheiße, Artkott. Au, Bums. Okay. Ich hab grad vier Kisten da liegen sehen. Also, es sind alle vier gestorben. Der Idiot. Einer ist rausgestiegen. Der Idiot, alter, der Idiot. Was der dann auch einfach an meine Karre reinsteuert. Genau deswegen bin ich weggelenkt, weil genau das passiert. Ach.